ARD Text im Auftrag von Funk So, wo ist denn jetzt mein Samen hin? Verdammt, ich will doch meinen Samen haben. Ja, sowas in der Art. Ah, hier komme ich zu meinem Samen. Sehr schön. Nice. Da, los geht's. Das nenne ich mal einen dicken Samen. Ach so, warte mal. Hier komme ich ja jetzt nicht lang. Nee, eigentlich hätte er ja gerne was anderes. Aber da er sich nicht im Moment entscheiden kann, was er will... Das ist ja sein Problem. Er würde die Einhörner ja gerne wieder abgeben, aber er weiß nicht, was er sich sonst für einen Ton aussuchen soll. Das ist ja so. Ja... hol ... Ah! Jetzt kommt's. Zickchen hat eine Idee. Jetzt kommt's. Achtung, aufpassen. Schlau, Micha! Schlau! Wo kam denn jetzt die... Mann, mit dem Koks ist da oder welcher? Ich überlege auch gerade welcher. Aber ich bin leider nicht so Falco bewandert. Bin da! Wer noch? Der gehört mir. Das ist meiner. Das ist mein VIP Song. Ach so! Das ist auch ein ganz seltsames Lied. So! Wir packen den Samen in die davor gesehene Öffnung. Win-Win sozusagen. Win-Win. Hat der eine fette Narbe auf dem Bauch. Was? Wir wurden verbannt wegen unserem Blumen. Oha! Oha! Was? Miku fell, Monsterpan. Miku bear, Monster? Oha! Oha! Jetzt fahren wir mal den Süden, glaub ich. Plumpel, 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 Plumpel. Plumpel, Plumpel. So, ich will mal gerade hier das Fernrohr auspacken. Mal gucken, ob wir irgendwas sehen. Wie sie sehen, sind sie ein Scheißdreck. Na ja, gut. Hier waren wir aber noch nicht, oder? Ich müsste mehr südwestlich dann, glaub ich. Ich fahr mal außen rum. Alter, da! Tschüss. Spannung. 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 Wir stehen jetzt. Soll ich den jetzt verfolgen oder muss ja noch die Dinger abklappern oder nicht? Ja, könnte man auch. Hier waren wir auch noch nicht. Ja, wo ist denn jeder eingegangen? Ja, wo ist denn jeder? 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 Ja. So, erst die Leiter oder erst hier? Ja, wo ist denn jeder? Ja, wo ist denn jeder? Ja. Ja, ich guck. Guck's mir an. Da unten schwimmen lustige Fische. Ja, wo ist denn jeder? 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 Ja. Ja. Alter, du hast H2O geguckt. Das ist doch eine Mädchenserie, oder? Also meine Tochter hat es geguckt, als sie Teenager war. Das ist doch das mit den Meerjungfrauen, oder? Nacht, Janik, schlaf gut. H20. Der H20 sagt mir jetzt gar nichts. Ich kenne nur das, wie gesagt, von meiner Tochter H2O. Das war eine Serie früher mit so Meerjungfrauen und Pussis. Ah, Halloween. Ja, gut. Halloween sagt mir was, logo. Merde! Oh, oh, oh. Und da war es ein bisschen hier. Oh, sehr cool. Als ich abdeckt, freut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR